Mein Leben war perfekt. Seltsam, eine Geschichte so zu beginnen, oder? Aber es war nun mal so. Mein Name ist Jana Hemming und noch vor einigen Wochen war alles so, wie ich es mir schon immer erträumt hatte. Ich war kurz vor meinem Schulabschluss, hatte mein Sportstipendium bereits in der Tasche und eine Zusage von der besten Universität des Landes. Und nein, ich spreche natürlich nicht von Foxbury oder Brightchester. Ich spreche von einer wirklichen Elite-Uni, auf der meine Eltern übrigens auch beide unterrichten. Meine Mutter war in ihrer Jugend auch Propysportlerin und demnach auch immer mein persönlicher größter Fan. Mein Vater natürlich auch, auch wenn er noch nie sonderlich viel Ahnung von Sport hatte. Er ist in der Wirtschaft unterwegs. Fragt mich bitte nicht, was genau er macht. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber nun lasst uns zu dem Tag kommen, an dem alles anders wurde. Es war in den Sommerferien vor Unibeginn. Als ich nach dem Abendessen laufen gehen wollte, weiß ich noch, wie mein Vater sagte, dass er nicht möchte, dass ich so spät alleine draußen bin. Was soll schon passieren? Dachte ich mir. Hier in Willow Creek? Da gibt es doch keine Verbrechen. Mitten im Park bemerkte ich dann, dass ich nicht alleine war. Ein schneller Schatten, Knurren, Heulen. Wurde ich von einem wilden Tier verfolgt? Und ohne, dass ich irgendetwas dagegen tun konnte, wurde ich angefallen. Aufgewacht bin ich am nächsten Morgen im Krankenhaus. Ein wildes Tier hätte mich angefallen, erklärten mir die Ärzte. Aber ich wusste, dass es mehr als nur ein Tier war. Trotzdem schwieg ich. Ich merkte sofort, wie viel diese Nacht verändert hatte. Die Verletzungen kosteten mir mein Stipendium und damit meine Zukunft. Plötzlich bewunderte mich niemand mehr. Niemand war stolz auf mich oder wollte es sein wie ich. Ich wusste, ich muss hier weg und herausfinden, was in dieser Nacht wirklich geschah. Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der erste Part meiner Wehrwolf-Challenge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu meiner Wehrwolf-Challenge. Wie ihr im Intro schon gesehen habt, in diesem Let's Play dreht sich alles um Iana Hemming. Iana ist übrigens eine der Namensvariationen der römischen Mondgöttin Diana, also perfekt für die Wehrwolf-Challenge. Und auch der Nachname Hemming hat irgendetwas mit Wehrwölfen zu tun, ich habe aber leider vergessen was. Aber egal, es ist auf jeden Fall ein sehr cooler Name. Wie wir alle vom Intro schon wissen, Iana hatte grundsätzlich eine glänzende Zukunft vor sich, aber dann wurde sie von einem Wehrwolf angefallen und jetzt merkt sie langsam, dass sich ihr Wesen und auch ihr Körper verändert. Die Challenge habe ich übrigens selbst kreiert, also du kannst sie natürlich gerne auch selbst spielen. Alle Infos dazu werde ich euch bald gesammelt auf meinem Discord-Server zur Verfügung stellen, also falls dich das interessiert, den Link zu meinem Discord-Server findest du hier in der Videobeschreibung. Aber jetzt erzähle ich euch am besten mehr von der Challenge. Und zwar, die erste Generation ist eben unsere Gründer-Generation. Die Hintergrundgeschichte dazu lautet, Du wurdest als junger Erwachsener gegen deinen Willen in einen Wehrwolf verwandelt. Der Kampf hat Narben auf deinem Körper und deinem Gesicht davon getragen, die du um jeden Preis verstecken möchtest. Um das, was passiert ist vor deiner Familie geheim zu halten, bist du so schnell wie möglich ausgezogen, obwohl du weder Geld noch Mittel hast, um dir ein eigenes Leben aufzubauen. Du ziehst in ein altes, leerstehendes Haus in Moonwood Hill und versuchst dich mit deinem neuen Leben anzufreunden. Je mehr du über die Geschichte dieser okkulten Wesen erfährst, desto mehr begeistert dich dein Werwolf-Daseil. Du möchtest Geschichte studieren, um alles darüber zu erfahren und wenn du genug Wissen angehäuft hast, möchtest du nicht nur das Alphatier des Rudels werden, sondern auch einen Werwolf heiraten und mit ihm eine große Familie gründen. Das war jetzt nun mal die Grundgeschichte. Ich habe dann auch noch Merkmale vorausgesetzt und zwar einmal das Merkmal Bücherwurm und einmal Familienbewusst. Optional habe ich noch das Hass Vampire Merkmal hinzugefügt. Das kommt aber von einem Mod. Falls dich dieser Mod interessiert, ich blende dir jetzt hier rechts oben ein Video ein, in dem ich diesen Mod näher vorstelle. Und außerdem gibt es noch die folgenden Regeln bzw. Ziele. Also am Anfang müssen die Narben ebenso gut es geht durch Kleidung und Frisur versteckt werden. Dann ist ein Ziel, dass man den ersten Lebenswunsch abschließt. Dann muss man auch das Geschichtestudium abschließen. Dann einen Werwolf heiraten. Dann noch einen zweiten Lebenswunsch abschließen. Dann muss man noch die Lykantropie und die Erziehungsfähigkeit maximieren. Mindestens vier Kinder bekommen. Außerdem sind Vampire die Feinde. Also immer wenn man einen Vampir sieht, muss man sich mit diesem streiten. Und die Vornamen der Kinder müssen mit Wehrwölfen oder eben mit dem Mond zu tun haben. Und das waren jetzt auch schon alle Regeln und Ziele, die ich mir bisher überlegt habe. Ich glaube, es wird ein sehr spannendes Let's Play werden. Und falls du noch irgendwelche weiteren Ideen hast, schreib sie mir doch am besten gleich in die Kommentare. Aber gut, dann habe ich jetzt definitiv genug geredet. Starten wir am besten gleich ins Spiel. Und hier sehen wir jetzt unsere Iyana. Sie fühlt sich leider gerade ein wenig unwohl. Ihr ist nämlich kalt aufgrund der kühlen Temperaturen. Dabei werden wir ihr natürlich gleich helfen. Aber vorher zeige ich sie euch noch schnell in Create a Sim. Und hier haben wir jetzt unsere Iyana. Wie wir sehen können, sie ist ein Wehrwolf. Aber sie hat sich tatsächlich noch nie verwandelt. Sie ist eben auch eine junge Erwachsene. Also sie hat gerade die Schule abgeschlossen. Und ursprünglich wollte sie ja studieren. Aber aufgrund ihrer Verletzungen hat sie leider ihr Stipendium verloren. Ihr Lebenswunsch ist eben das Lykantropie-Bestreben. Also das nennt sich Wehrwolf-Initiierung. Dadurch hat sie dann das Bonusmerkmal Mondvertraute. Außerdem hat sie noch das Merkmal Hassvampire. Sie ist eine Herstellerin. Sie ist ein Bücherwurm. Sie ist familienbewusst. Und sie ist aktiv. Wie schon erwähnt, für ihre Narben schämt sie sich ja leider derzeit noch. Deshalb habe ich auch in jedem Outfit versucht, diese zu verstecken. Ich zeige sie euch aber schnell trotzdem. Die Haare gebe ich auch noch schnell weg. Und zwar, wie wir sehen, sie hat hier im Gesicht eine Narbe. Dann hat sie hier eine sehr große Narbe. Und hier sieht man auch die Bissspur. Also man sieht auf jeden Fall, dass der Angriff nicht ohne war. Und wie gesagt, sie fühlt sich jetzt noch sehr unwohl damit und möchte das alles deshalb auch verstecken. Gut, das ist eines ihrer Alltagsoutfits. Dann hat sie noch dieses. Und dann noch das hier. Dann das. Und das ist das Fünfte. Wie man sieht, sie versteckt eben sehr ihren Körper. Und ich habe auch versucht, oft Mondsymbole und so in ihre Kleidung und bei den Accessoires einzubauen. Dann haben wir hier die Abendkleidung. Da habe ich mich für etwas sehr Schlichtes entschieden. Dann hat sie hier die Sportkleidung. Sie ist ja ein sehr aktiver Sim. Deshalb hat sie auch hier drei unterschiedliche. Und auch die sind eben alle sehr lang. Also dass man auf keinen Fall ihre Narben sieht. Das ist ihre Nachtwäsche. Hier sieht man zwar die Bissspur. Aber ich habe mir gedacht, so viele Sims werden sie jetzt nicht in dieser Kleidung sehen. Deshalb ist das für die Nachtkleidung schon okay. Dann ist das ja die Ausgekleidung. Hier haben wir die Badekleidung. Da konnte ich es natürlich nicht vermeiden, dass man die Wunden sieht. Aber ich denke mir, sie wird momentan einfach vor keinem anderen in dieser Kleidung herumlaufen. Dann haben wir hier noch das heiße Wetteroutfit. Auch hier sieht man die Bissspur ein klein wenig, aber nicht wirklich viel. Und es war die einzige Möglichkeit, dass ich ihr zumindest irgendeine kurze Hose geben konnte. Und dann haben wir hier eben noch das kalte Wetteroutfit. Und ihre Bissform schauen wir uns jetzt noch nicht näher an. Da hätte ich gesagt, wir warten darauf, bis sie sich zum ersten Mal verwandelt. Aber schreibt mir doch schon gern einmal in die Kommentare, was ihr von Yana haltet. Ich finde, sie ist so ein cooler Sim und sie ist einfach so unglaublich wunderschön. Und ich hoffe wirklich, dass sie ihren Körper bald so akzeptieren kann, wie er ist und eben auch ihre Narben nach außen zeigen kann. Und hier sind wir auch schon. Yana hat tatsächlich schon Besuch. Und zwar von Lily und von Christopher. Okay, mit denen werden wir uns gleich anfreunden. Aber vorher schauen wir uns noch schnell das Haus an. Und zwar habe ich dieses Haus extra für dieses Let's Play gebaut. Also ich habe auch wirklich nur die Gegenstände vom Basisspiel und von der Werwolf Erweiterung benutzt. Ich habe es auch schon in der Galerie hochgeladen. Und zwar lautet meine EA die Elienix. Also genau wie hier. Und dann könnt ihr es gerne runterladen und die Challenge dann auch in diesem Haus spielen. Und wie schon erwähnt, Yana hat absolut kein Geld. Und das Haus ist auch noch absolut leer. Also haben wir wieder eine kleine Rex2Riches Challenge dabei. Aber gut, stellen wir uns einmal bei den Nachbarn vor. Stellen wir uns einmal freundlich bei Lily vor und dann einmal noch bei Christopher. Teil der Regeln ist es ja auch, dass wir früher oder später einen Werwolf heiraten. Das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall mit allen Nachbarn hier anfreunden. Und vielleicht finden wir dann ja bald gleich auch mal einen, der gut passt. Ihr ist noch immer kalt. Dann sollte sie jetzt am besten gleich einmal ihr Winteroutfit anziehen. Sehr gut. Hoffentlich ist der gleich nicht mehr kalt. Und dann, ja okay, werden wir sie hereinbitten, auch wenn in unserem Haus ja eigentlich gar nichts ist. Dann werden wir uns noch ein wenig mit Christopher unterhalten. Wir können Fotos teilen und einfach von unserer Jugend erzählen und erzählen, dass wir eigentlich Sport studieren wollten. Dann werden wir ihn kennenlernen. Er ist ein Perfektionist. Okay. Und sie hat die Charisma-Fähigkeit erworben. Irgendwer von ihnen hat auch Essen mitgebracht. Einen Grimmi-Obstkuchen von Lily. Den geben wir am besten gleich einmal ins Inventar. Wir haben ja auch absolut kein Geld. Deshalb nehmen wir gern jegliches Essen an. Schauen wir mal, was sie von ihren Nachbarn hält. Okay, Iana findet Lily nervig. Uh, sie ist ein Apex. Interessant. Und sie ist Teil der Moonwood-Kommune. Die Werwolf-Rudel müssen wir uns auf jeden Fall noch näher ansehen. Immerhin muss Iana früher oder später Alpha von einem dieser Rudel werden. Von den Rudeln habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel Ahnung. Also wenn du mehr darüber Bescheid weißt und jetzt schon weißt, in welches Rudel Iana am besten gehen sollte, schreibt mir doch auch das gerne in die Kommentare. Aber gut, was hält sie von Christopher? Sie findet, er ist verantwortungsvoll und er findet aber, dass sie im Traumland ist. Okay. Auch er ist Apex und auch er ist bei der Moonwood-Kommune. Okay, gut zu wissen. Aber dann lassen wir die beiden am besten in Ruhe und schauen uns ein wenig in der Stadt um. Das ist eben Moonwood Mill und diese Welt kommt eben mit der Werwolf-Erweiterung. Ich habe auch die meisten Grundstücke ehrlich gesagt so gelassen, wie sie waren. Und zwar hier hinten wohnt die Familie Wolkow. Dann haben wir hier noch die Bibliothek von Moonwood Mill und hier haben wir noch eine Bar. Hinzugefügt habe ich noch dieses Restaurant. Und zwar ist das das Diner aus Stranger Things. Ich habe nämlich gerade wieder mit der Serie angefangen und dann zufällig das in der Galerie entdeckt. Und ich finde, es sieht absolut großartig aus. Und dann hätte ich gesagt, reisen wir auch gleich einmal hier hin. Auch wenn wir zwar noch kein Geld haben, um etwas zu essen zu bestellen, vielleicht können wir ja irgendwelche anderen Sims hier kennenlernen. Und hier sind wir auch schon und es sind tatsächlich jede Menge anderer Sims hier. Wir haben Eric Lewis, der Kellner. Cameron Flescher ist der Koch. Dann haben wir Paolo Rocker als Empfangsherr und jede Menge anderer Sims. Oh, sogar Lawina ist da, die Ortsbürgermeisterin. Okay, seltsam, dass das hier auch steht. Sie ist ja nur die Ortsbürgermeisterin von Hanford & Bagley und dort sind wir gerade definitiv nicht. Aber egal. Ich zeige euch noch ganz kurz das Restaurant, weil ich es wirklich absolut großartig finde. Also ich liebe alles daran. Das Einzige, was ich geändert habe, ich habe hier eine von diesen Mülltonnen hinzugefügt, damit wir früher oder später im Müll wühlen können. Ich möchte in dieser Challenge nämlich keinen Garten anlegen oder sonst auf irgendeine Art und Weise schnell Geld verdienen. Sondern ich möchte, dass sie hauptsächlich im Müll wühlt, um eben Essen oder Einrichtung zu finden. Aber natürlich ist der Container jetzt noch leer, also wir können weder nach Einrichtung noch nach Müll wühlen. Das heißt, wir müssen wohl ein wenig warten. Stellen wir uns einfach bei irgendjemanden vor. Dominik, stellen wir uns einfach mal bei dir vor. Wir können sogar schnüffeln und vorstellen, aber das werde ich jetzt noch nicht machen. Ich glaube nämlich, dass sie sich eben noch nicht so wohl damit fühlt, dass sie ein Werwolf ist, also beziehungsweise sie fühlt sich noch überhaupt nicht wohl damit. Und deshalb werde ich das alles jetzt einfach mal ignorieren. Gut, dann werden wir Fotos mit ihm teilen. Also als Mann von uns kommt er sowieso nicht in Frage, weil ich glaube nicht, dass er auch ein Werwolf ist. Aber egal, erzählen wir ihm dann einfach einen Witz. Wir erzählen jetzt eine lustige Geschichte und dann machen wir noch einen Witz über Professoren. Warum auch immer. Okay, ich hoffe, dieses Restaurant ist nicht verpackt. Ich hoffe, die stehen nur zum Spaß draußen. Okay, nein, wir benötigen eine Stiege. Das hätte ich eigentlich sehen können. Das wird dadurch jetzt sicher unglaublich hässlich, aber irgendwie müssen sie da ja hineinkommen. Okay, es sieht jetzt tatsächlich nur mehr halb so cool aus. Aber perfekt, jetzt funktioniert zumindest alles. Oh, und jetzt können wir hier auch nach Einrichtung bühlen. Perfekt. Hoffentlich finden wir gleich irgendetwas Brauchbares. Und sie taucht in die Mülltonne ein. Und wir haben etwas gefunden. Jetzt wird es bunt. Iyana hat einen besonderen Farbstoff in den Tiefen des Müllcontainers gefunden. Sieh im Inventar von Iyana nach. Also wir haben einen Farbstoff gefunden, den wir nicht verkaufen können. Okay, das hat uns dann tatsächlich nichts gebracht. Kann mir irgendwer von euch sagen, was ich mit diesem Farbstoff machen kann? Ich habe absolut keine Ahnung. Man liebt oder hasst sie. Diese Farbe sieht aus, als hätte man sie aus dem Müll gezogen. Okay, keine Ahnung. Aber weiter geht's. Und sie hat noch einen Farbstoff gefunden. Okay, Leute, bitte sagt mir, was ich damit machen kann. Und jetzt hat sie Recyclingmaterial gefunden. Ja, das war tatsächlich gar nicht so erfolgreich. Gut, jetzt fühlt sie sich wütend und möchte die Mülltonne umtreten. Ich muss überwintern, wegen Wehrwolf naturell. Iyana möchte sich zusammenrollen und stundenlang schlafen. Ansonsten wird sie ein wenig grießcremig. Okay. Und dann fühlt sie sich eben auch noch wütend, weil sie im Müll getaucht ist. Okay. Aber sie fühlt sich auch glücklich, weil sie eine tolle Zeit im Regen hat. Alles klar, Iyana, du bist ein merkwürdiger Sim. Wir haben jetzt übrigens gerade zunehmenden Sichelmond. Also bald sollten wir Vollmond haben. Okay, das heißt, am Donnerstag verwandelt sie sich dann zum ersten Mal in einen Wehrwolf. Das wird dann vermutlich im nächsten oder übernächsten Part der Fall sein. Aber gut, hier gibt es nichts mehr zu holen. Schauen wir am besten weiter. Gut, dann schauen wir gleich hier bei der Reißzahnbar und Bunker vorbei. Denn auch hier habe ich einige Müllcontainer platziert und vielleicht finden wir hier ein paar bessere Sachen. Und hier sind wir schon und wieder sind hier andere Sims. Oh, da haben wir auch schon den ersten Vampir. Caleb ist hier und mit dem müssen wir uns jetzt leider gleich einmal streiten. Das besagen ja die Regeln. Deshalb werden wir uns gleich grob bei ihm vorstellen. Sorry Caleb, dass wir so gemein zu dir sein müssen. Und sie hassen sich auch gleich total. Ich glaube, das ist von dem Hass-Vampire-Merkmal. Blutsaugende Idioten. Es ist ein Vampir in der Nähe und Iyana ist darüber nicht glücklich. Ja genau, das kommt eben von dem Merkmal. Und dann werden wir uns jetzt noch schnell mit ihm streiten. Und zwar werden wir ihn beleidigen und dann werden wir seinen Vampirismus beleidigen. Sehr gut. Sie hat auch gleich eine Stimmung mit ihm. Und zwar mögen sich die beiden eben nicht, aber sie findet ihn attraktiv. Sie findet auch, dass er anspruchsvoll ist, aber er findet, dass sie unhöflich ist. Nachvollziehbar, nachdem wir uns grob bei ihm vorgestellt haben. Okay, die beiden sollen jetzt noch ein wenig streiten. Und dann zeige ich euch in der Zwischenzeit das Grundstück. Das ist eben diese Bar. Das finde ich so unglaublich cool. Das kann man nämlich genauso im Baumodus kaufen und überall hinstellen. Die Barkeeperin ist die Hannah Jacob. Bei der können wir uns dann auch gleich einmal vorstellen. Zumindest, wenn sie mit Caleb fertig gestritten hat. Hier haben wir dann auch noch zwei andere Sims. Aber bei denen werde ich mich jetzt einmal nicht vorstellen. Okay, hier können wir leider nicht nach Einrichtung wühlen. Genau, hier habe ich auch noch einen Container platziert. Aber auch hier können wir leider nicht nach Einrichtung wühlen. Aber egal, dann lernen wir ein wenig Hannah kennen. Kann ja nicht schaden, wenn wir hier Freunde in der Umgebung haben. Wir werden nach ihren Hobbys fragen. Heute ist anscheinend Bärennacht, deshalb sind hier Leute im Bärenkostüm. Finde ich tatsächlich nur mittelnervig. Aber ja. Gut, dann können wir ja auch lustig sein und werden jemanden parodieren und eine lustige Geschichte erzählen. Ich möchte nämlich nicht, dass sie noch wütender wird. Sonst verwandelt sie sich bald in einen Wehrwolf. Und ich möchte eigentlich erst, dass sie sich zu Vollmond das erste Mal verwandelt. Gut, können wir jetzt schon nach Müll tauchen? Ja, gut, dann werden wir hier jetzt nach Einrichtung wühlen. Wir haben genug mit den anderen gequatscht. Schnell, Iana, du musst ein paar gute Sachen finden. Und jetzt fühlt sie sich auch okay. Also sie ist nicht mehr wütend. Sie fühlt sich katharisch von der Grausamkeit, weil Vampir beleidigt hat. Einen Vampir zu beleidigen hat dazu geführt, dass sich Iana innerlich warm und wohlig fühlt. Okay, alles klar. Gut, was findest du diesmal? Sie wird auch gleich belästigt von Daryl Charm und Morgan Amber. Sie hat schon wieder einen Farbstoff gefunden. Was soll ich damit? Aber gut, dann stell dich mal schnell bei ihnen vor. Stell dich lustig bei ihm vor und dann respektvoll bei ihm. Und dann müssen wir aber weiter nach Einrichtung suchen. Mittlerweile stinkt sie auch schon sehr, aber ja. Iana hat folgendes Immobil-Container gefunden. Oak House Narrow Sink. Uh, das ist sehr gut. Also haben wir ein Waschbecken gefunden. Das können wir auf jeden Fall brauchen. Sie hat einen Esszimmerstuhl gefunden. Auch das ist sehr, sehr gut. Und Recycling-Material. Hier haben wir schon wieder einen Vampir. Jetzt ist Vlad da. Okay, dann werden wir uns auch mit ihm ein wenig streiten. Wir werden uns grob vorstellen. Komm, Iana, du musst dich mit einem Vampir streiten. Aber das machst du ja ohnehin sehr gerne. Dann werden wir ihn provozieren. Oh, sie wird immer wütender. Ich habe Angst, dass sie sich bald verwandelt. Dann werden wir ihn anrühren. Dann haben wir aber auch schon genug mit ihm gestritten. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es hier unten einen Bunker. Genau. Und hier können wir auch duschen. Und genau das werden wir jetzt machen. Wir werden kalt duschen. Ich hoffe, das hilft dann bei ihrer Wut. Also wie gesagt, das ist eben das Grundstück. Hier haben wir eine Bar. Hier ist noch so ein kleiner Raum. Hier ist eine Toilette. Und hier gibt es dann den Eingang zum Bunker. Und hier unten gibt es auch noch jede Menge Sachen. Also hier kann man eben duschen, auf die Toilette gehen. Man kann sich hier auch etwas zu essen machen. Also eigentlich der perfekte Aufenthaltsort, wenn man noch kein Geld hat. Also ich glaube, wir werden hier sehr, 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 sehr viel Zeit verbringen und uns dann hier auch mit anderen Werbeölfen anfreunden. Oh, ich sehe gerade, hier kann man sogar schlafen. Das ist wirklich perfekt. Also eigentlich brauchen wir das Haus jetzt noch gar nicht. Und dann werden wir oben noch weiter nach Müll suchen. Also nach Einrichtung im Müll suchen. Das meinte ich. Gut, dann werden wir hier nach Einrichtung wühlen. Und auch hier können wir dann noch nach Einrichtung wühlen. Uh, hier ist ein Wehrwolf in der Wehrwolf-Form. Wer bist du? Wolfgang Wilder. Okay. Ein sehr deutscher Wehrwolf. Aber leider haben wir gerade keine Zeit. Ich finde das übrigens ein bisschen merkwürdig, dass die Wehrwölfe Kleidung anhaben. Also schreibt mir am besten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber ich glaube, ich möchte nicht, dass Iana jemals Kleidung anhat, wenn sie zum Wehrwolf wird. Das finde ich irgendwie ein wenig merkwürdig. Und Iana taucht gerade schon wieder im Müll. Sie hat diesmal wieder ein Waschbecken gefunden. Und dann jetzt auch noch eine Toilette. Sehr gut. Können wir noch weiter nach Einrichtung wühlen? Irgendein Bär möchte uns nerven. Recyclingmaterial. Ähm, was ist das? Wieder ein Sessel. Okay. Nein, du sollst dich jetzt mit niemandem unterhalten. Okay. Dieser Müllcontainer ist leer. Dann werden wir noch hier nach Einrichtung wühlen. Und wieder hat sie Recyclingmaterial gefunden. Und jetzt haben wir einen Fernseher gefunden. Und jetzt wird sie von allen Seiten genervt. Hier haben wir Lou Rowell. Dann stellen wir uns auch bei ihm einmal vor. Und zwar werden wir uns respektvoll vorstellen. Okay, Daryl kennen wir schon. Lou sieht echt cool aus. Freunden wir uns einmal mit Lou an. Ich habe zwar keine Ahnung, wie er als Mensch aussieht. Aber ich finde seine Outfits schon sehr, sehr cool. Dann werden wir uns über Vampire beschweren. Ich glaube, das ist etwas, das jeder Werwolf gerne mag. Dann fragen wir ihn mal nach seinen Hobbys. Okay, Lou mag mal nicht. Das ist uns eigentlich ziemlich egal. Und Lou ist romantisch. Oh, ich finde ihn super süß. Ich möchte wissen, wie er aussieht. Kann er sich irgendwie wieder zurückverwandeln? Teilen wir dann einmal Fotos mit ihm. Also ich würde ihm gerne sagen, dass er sich zurückverwandeln soll. Okay, nein. Gut. Das möchte er anscheinend nicht. Ah, aber er ist bei den Wildfangs anscheinend. Sie findet also, dass er äußerst attraktiv ist. Okay. Lou werden wir also auf jeden Fall näher kennenlernen. Aber sie findet auch, dass er seltsam ist. Ja, okay. Aber wer ist nicht seltsam? Lou findet, sie ist respektvoll und ist höflich. Und genau, er ist bei den Wildfangs. Aber gut, dann gehen wir jetzt noch einmal in diesen Bunker. Werden noch einmal duschen gehen, da sie die ganze Zeit stinkt, weil sie immer nur im Müll wühlt. Dann werden wir eine schnelle Mahlzeit essen und zwar ein Erdnussbutter-Gelaisandwich. Und dann werden wir hier auch gleich schlafen gehen, weil zu Hause haben wir ja noch kein Bett und wenn es hier eines gibt, dann passt das ja perfekt. Jana ist gerade am schlafen und irgendwie ist sie sehr, sehr wütend. Also ich habe wirklich Angst, dass sie sich bald verwandelt. Und ihre Wut steigt auch die ganze Zeit an. Und ich weiß wirklich nicht warum. Sie leuchtet mittlerweile auch so rot, aber keine Ahnung, weil eigentlich geht es ihr gut. Also sie hat lecker gegessen. Es gab zwar einen unbehaglichen Kommentar, aber sie hat eine erfrischende Dusche genommen. Und sie ist auch fest am Schlafen. Also keine Ahnung, warum ihre Wut die ganze Zeit ansteigt. Aber ich werde es jetzt gleich einmal aufwecken und dann schauen wir nach Hause. Sie ist wirklich unglaublich wütend. Also sie leuchtet die ganze Zeit so rot. Oh Gott. Vielleicht verwandelt sie sich doch schon im nächsten Part in einen Wehrwolf. Wir werden sehen. Aber dann gehen wir jetzt einfach mal nach Hause und schauen ins Haushaltsinventar, was wir verkaufen können, was wir später noch brauchen und wie weit wir einfach bisher schon mit unserer Einrichtung gekommen sind. Gerade haben wir die Meldung bekommen, Iana sollte über ihre weitere Ausbildung nachdenken. Das werden wir auf jeden Fall auch bald machen. Also dass wir sie an der Uni einschreiben. Weil Teil der Challenge ist es ja, dass wir das Geschichtsstudium abschließen. Und ja, das werden wir dann auch so bald wie möglich angehen. Übrigens ganz kurz an dieser Stelle. Wenn dir dieses Video gefällt und du gerne mehr Videos von mir sehen möchtest, dann vergiss nicht mich zu abonnieren. Auf diesen Kanal kommen mittlerweile nämlich dreimal die Woche Videos über die Sims. Aber gut, dann schauen wir gleich einmal im Haushaltsinventar vorbei. Also was haben wir bis jetzt? Wir haben einen Fernseher. Okay. Dann haben wir diesen fragwürdigen Stuhl. Eine sehr schmutzige Toilette. Ein Waschbecken, das wir aber wo drauf stellen müssen. Das heißt, das verkaufen wir am besten gleich einmal. Und jetzt haben wir schon 315 Simoleons. Dann haben wir noch einen zweiten Stuhl. Und dann haben wir auch noch ein zweites Waschbecken. Ja, das können wir dann gleich einmal so stehen lassen. Ich weiß ehrlich gesagt noch überhaupt nicht, was ich wohin stelle. Dann machen wir hier jetzt einmal das Bad. Also ich stelle hier zumindest einmal ein Waschbecken und die Toilette hin. Äh, ich habe mir echt noch gar nichts überlegt. Aber dann werden wir vermutlich hier oben das Schlafzimmer machen. Und dann können wir die Küche ja vielleicht hier hingeben. Dann werde ich jetzt auch hier einmal die zwei Sesseln hinstellen. Und den Fernseher stelle ich dann auch einmal hier auf den Boden. Das alles ist jetzt ganz sicher noch schmutzig und wir müssen das reparieren. Okay, nein, der funktioniert sogar. Das ist auch alles schön. Hier könnten wir Kratzer reparieren, aber das ist uns jetzt egal. Das müssen wir reparieren und reinigen. Und das müssen wir auch reparieren und reinigen. Aber wir müssen tatsächlich gar nichts ersetzen. Das finde ich wirklich super. Dann werden wir das gleich einmal reparieren und putzen. Ich hoffe, das macht sie jetzt nicht wütender. Ich habe in diesem Let's Play übrigens geplant, dass sie etwas länger Single bleibt. Also ich habe ja noch ein zweites Let's Play, also die 100 Baby Challenge. Und in der haben wir ja das Family Gameplay mit den vielen Kindern. Und ich glaube, es wäre auch einmal schön, wenn wir länger nur mit einem Sim spielen. Und ja, schreibt mir auch am besten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also, dass sie einfach noch länger Single und kinderlos bleibt und sich jetzt einfach auf das Wehrwolf-Dasein konzentriert und eben auf ihr Studium. Aber früher oder später müssen wir dann ohnehin heiraten und Kinder bekommen. Oh, und jetzt sehen wir auch, wie Lou als Mensch aussieht. Also mir gefällt er wirklich unglaublich gut. Ich verstehe, dass sie ihn sehr attraktiv findet. Und ich glaube, Lou wäre ein guter Mann für uns. Also sollten wir uns vielleicht eher den Wildfangs annähern. Aber ja, schreibt mir eure Meinung dazu am besten gleich in die Kommentare. Und an dieser Stelle werde ich dann den ersten Part jetzt auch beenden. Und nun sind wir schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr von den Wehrwölfen genauso begeistert seid wie ich. Ich habe mir auch schon ein wenig überlegt, wie es in Zukunft weitergehen sollte. Also wir könnten in den nächsten Generationen natürlich bei den Wehrwölfen bleiben. Oder wir sagen zum Beispiel, wir machen eine ganze Okkult-Challenge draus und dann ist die in der nächsten Generation zum Beispiel so, dass wir mit Vampiren spielen und ebenso alle okkulten Wesen einmal abhaken. Also ja, schreibt mir eure Ideen dazu am besten auch gleich in die Kommentare. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über jeden Like und über jedes Abo. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!